Tschüss meine Freunde, willkommen zurück mal wieder in Vapytro City im Regen. Ja, im letzten Part haben wir die ganze Pogwood-Reihe abgeschlossen und haben jetzt vor, nach Stratos City endlich zu reisen. Yay! Oh. Also dieser Film, der hat mir durchaus gefallen. Du hast ihn dir hingesehen? Das war... da war es so eine Sache mit dem Film. Ich war so aufgeregt, dass ich gar nicht richtig in meine Rolle als Reoloman hier eingefunden habe. Damit habe ich niemanden begeistert. Hey, Kopf hoch. Du kannst es ja neben deiner Arbeit als Captain noch mal versuchen. Solange du niemanden Unabhängigkeiten bereitest, werde ich auch nicht wütend. Ich weiß allerdings nicht, wie die Leute von Pogwood darüber denken. Oh, hast du das gesehen? Wie es aussieht, sind alle Mitglieder von Team Plasma abgehauen. Irgendwie fühle ich mich dadurch aber nicht besser. Naja, wenigstens sind sie da weg. Damit müssen wir uns wohl zufrieden geben. Ach ja, auch wenn das ein ganz schönes Durcheinander war, kann man dafür jetzt mit dem Schiff nach Stratos City fahren. So, so. Also gut, ich werde als Kapitän mein Bestes geben. Ich werde alle begeistern, indem ich mit einem Schiff die toden Wellen durchflüge. Hört sich gut an. Bin ich dabei. Ich spinn dabei, Kumpel. Du bist auf dem Weg nach Stratos City, oder? Ich werde nach Team Plasma suchen. Die können was erleben. Hey Kapitän, lass mal das Schiff sehen, auf was du so stolz bist. Ausgezeichnet, dann hier entlang bitte. Mensch, was ist denn heute los? Ich habe wieder total die Sprachfehler, wie es aussieht. Schrecklich. Einfach nur schrecklich. Da ist es. Stratos City. New York City. Willkommen in New York City, meine Freunde. Werte Gäste, willkommen in Stratos City. Wir hoffen, Sie hatten eine angenehme Überfahrt. Das ist also Stratos City. Die Straße ist ja viel größer, als ich dachte. Aber das spielt keine Rolle. Diese Kelle von Team Plasma können sich noch so gut verstecken. Wir entwischen sie nicht. Hey Adam, lass uns unsere Kontaktdaten im Visocaster registrieren. Und verlieren wir uns auch noch aus den Augen. Diese Stadt ist schließlich ein anderes Kaliber als der Ventura City. Also die weggedrückt. Ein Segelschiff? Wie seltsam. Wer baut denn heutzutage noch so etwas? Keine Ahnung. Oh, da. Haben. Na, kommt's wohl. Eine Machtkette. Okay. Können wir uns in die Initiative steigern. Willkommen zur heutigen Schnitzeljagd durch Stratos City. Du bist zum ersten Mal hier, habe ich recht? Ausgezeichnet. Dann möchte ich dir dieses Fahrrad als Stahlhilfe geben. Yay. Diejenigen für die Schnitzeljagd sind mehr als einfach. Du musst dich lediglich an bestimmte Orte begeben und dich wie einen Clown dort ansprechen. Ob du letztendlich teilnehmen möchtest oder nicht, liegt ganz bei dir. Die Leute, die du ansteuern solltest, sind das Medaillenamt, das automatische Passantenumfragekomitee und zu guter Letzt die Kampf AG. Okay, dann wollen wir nochmal dein brandneues Fahrrad gleich mal einweilen. Och, finde ich cool. Wer würde das nicht machen? Einfach mal so spontan so ein Fahrrad geschenkt bekommen? Ich stelle mir das vor, du steigst aus dem Zugzug, bist gerade frisch in eine neue Stadt gekommen und tritt so ein Clown auf die Zug und schenkt dir jetzt mal ein Fahrrad. Wäre doch was. So, hier ist die Arena. Hallo. Arti, der Arena, Alter? Der meinte, er müsste dringend weg, weil irgendwas vorgefallen sei. Wenn du willst, kannst du ihn ja suchen. Was? Arti ist schon wieder verschwinden? Oh, hallo, Glidia. Also, die Sache ist die. Arti ist im Augenblick leider nicht hier. Hm. Täusche ich mich, oder wird es langsam zur Gewohnheit, dass Arti auf einmal spurlos verschwindet? Er sagt immer, er wäre in einem kreativen Schaffensloch und dann verlässt er plötzlich die Arena, um sich irgendwo anders Inspiration zu holen. Und wer bist du? Die Plasma? Aber es hat sich doch vor zwei Jahren aufgelöst. Will ihm auch sein, du scheinst in Schwierigkeiten zu stecken, also helfe ich dir natürlich. Hm, mal belegen. Wo könnten sich so zwingliche Gestalten wohl aufhalten? Ah, ich glaube, ich weiß, wo sie sein könnten. Puh, Arti und Lidia sind sich echt unglaublich ähnlich. Ich glaube, sie ist da vorne abgebogen, also sie... Also ist sie wohl in Richtung Pokémon Center gegangen. Weißt du, wo das ist? Den Weg vom Status City herum folgst, kannst du es nicht verfehlen. Ja, 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 ja. Na ja, gucken wir erstmal die Piere ab, ob wir hier noch irgendwie Items oder so finden. Nöööööööööööööööööööö. Die Kampf-AG werden wir auch erst machen, wenn wir jetzt in den Kanal in der Kanadiesession gewesen sind. Wenn wir uns da den Partner für Rio gefangen haben... ...die könnten wir eigentlich gleich mal mitnehmen, ne? Also für Rio könnten wir gleich mal mitnehmen. Man muss sich im nächsten Part nur vor dem nächsten Part den Rahmen wieder erneuern. Also ergänzen besser gesagt. Dann nehmen wir doch Rio jetzt erstmal mit, weil dann fangen wir uns gleich nämlich sein. Partner. Da steht eine Frau vorm Schalter. Die will mir bestimmt wieder das Ohr abkauen. Woher hoffe ich jetzt gar keinen Bock habe. So, Pokémon wegen. Na, Rio. Da müssen wir dich auch noch ein bisschen nachtranieren, ne? So. Ja, ein Glymander. Ich finde das toll, ey. Dieses Team ist einfach nur Hammer. Das ist einfach nur episch, das Team, was wir derzeit haben. Hier, hier entlang. Es geht zum Team Vampir. Zusammen mit der Slim Street ist das wohl der Ort, der hier in Stratos City am ehesten zwillig hier gestaltet, dann noch. Slim Street. Diese Namen. Slim Street. Vampir. Hier entlang los. Lass uns mal nachschauen. Vamp, ne? Ihr wisst, thumbs up. Ey, wenn wir schon beim Vampir sind. Vampir, das hört sich immer so gut an. Vampir. Das ist die Eingang zur Kanonisation. Na? Ob man da wirklich in den Wagen sollte? Adam, hast du Team Plasma gesehen? Nein. Verstehe. Wo sind sie nur diese dreckigen Pokémon-Diebe? Mal sehen. Dann gibt es eigentlich nur noch einen einzigen Ort, an dem ich noch nicht nachgesehen habe. Adam? Komm, du musst mir helfen. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Die Kanalisation ist perfekt geeignet, um sich zu verstecken. Ja, Leute. Dann gehen wir doch mal in die Kanalisation. Adam, du musst stärker werden. Also, allein wird es schwer für mich, gegen diese Leute anzukommen. Keine Sorge. Ich kümmere mich um die Heilung unserer Pokémon. Bist du bereit, Adam? Alles klar. Machen wir uns auf die Suche. Nach Team Plasma. Nach Team Plasma. Ja, und hier dürfen wir jetzt ein neues Pokémon fangen. Ja, die Partner für Rio. So, und zwar können wir aus zwei Pokémon wieder auswählen. Alter. Pionsgora. Wie süß. Kommt mit Pionsgora. Aber das ist ja wohl klar, welches Pokémon ich nehme, ne? Das ist ja wohl sowas von klar. Nene, nene, nene. Du weißt schon, dass du da ein Pantimimi vor dir hast, was dir unglaublich schaden kann, oder? So, ich will nämlich Zesurio fangen. Ist doch klar. Didi, 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 didi. Oh, was war hier? Didi. So, hier. Machen wir erstmal mal Pantimimi weg mit. Alter, hör doch mal. Warum machst du einen Akku fast zu? Was hat das für einen Sinn? So, hier. Käferbiss. Bam. So, dann ist Pantimimi schon mal weg. Hoffen wir, dass Zesurio noch ein Weihchen weiter schläft. Na, natürlich nicht. Boom. So, dann... Mal schlafen, Bruder. Geh mal davon aus, das Pionsgora jetzt mal angreift. Habe ich was gesagt? Nö, nö. Habe ich nicht. Ach, alter, ernsthaft. Wie oft willst du denn noch Akku-Pust-Wur machen? Hast du einen Angriff? Didi, didi. Weil ich würde jetzt Zesurio ungern angreifen, wenn der da gleich ankommt und den Finish in einer, was weiß ich, wie viel Attacke. Okay. Er macht nur Akku-Pust-Wur. Ich habe zwar keine... Man kann das nicht endlich auf seinen Partner aufmachen? Warum macht das nicht auf mich? So, bam. Joa, joa. Ich mach nochmal einen Kieferbiss. Ich habe einfach... Was machst du da? Oh nein! Was macht der Vollidiot da? Warum macht der Akku-Pust-Wur aufs Zesurio? Wirst du mich verkack-eiern? Alter, willst du mich... Akschen? Wieso macht der Akku-Pust-Wur aufs Zesurio? Ja, geil. Ich treffe den jetzt so gut wie gar mit gar nichts mehr hier. Oh, oh. Au. Oh, je, 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 je. Das war ein Crit, okay. Alter, ich werfe jetzt einen Ball. Das wird mir jetzt so kritisch. Wegen diesem Vollidioten. Ey, wie kommt man denn auf die Idee, auf den Gegner Akku-Pust-Wur zu machen? Klar, ignoriere mich. Ich bin zwar dein Partner und könnte das auch gebrochen, aber... Mach ruhig auf den Gegner Akku-Pust-Wur. Zesurio, bitte klopp auf Pions-Core ein. Bitte. Äh... Das wird mir jetzt gerade zu kritisch hier. Sorry, aber... Ne. Ähm, ja. Seifu-Pust-Wur kann ich schlecht einsetzen. Excel, du wirst das machen lassen. Ey, das kriegt mich jetzt gerade voll auf. Da macht der Akku-Pust-Wur auf Zesurio. Alter, was soll das? Lauf doch mit. Ja, will ich nicht angriffen. Bitte kill Pions-Core. Das kann ich angehen. Schlafbruder, bitte triff. Jetzt greift er den an. Wie du... Oh Gott, wie du killst den. Alter. Ey, so... Wie kann man so hirnlos sein? Ich hätte das Pokémon alleine fangen sollen. Ich hätte es alleine gefangen sollen. Also ich hätte alleine losgehen können sollen und fangen sollen. Ich meine, das ist zwar schon eine Auswahl, jetzt zu haben, aber... Dankeschön. Alter. Würdest du mich verarschen? Ein kaltblütiges Pokémon, das Gegner zunächst mit einer scharfen Gladiantri lähmt und dann zweiteilt. Au. Das hört sich brutal an. Oh Gott, ey. Komm bitte nicht auf die Idee, das gleich bei unseren Plasma-Gegnern zu machen. So. Hier... Brauche ich einen männlichen Gegenspieler aus Breath of Fire 3. Und das ist natürlich Gar. Klar, Gar ist irgendwann ein Teammitglied der Gruppe. Allerdings ist er vorher ein Gegner, der... ...Ryu killen will. Oh, jetzt regt er mich jetzt gerade voll auf, ey. Er kommt da an und macht erstmal schön... So, dann toschen wir jetzt erstmal. Dann lass ich mich hier sehen. Ach, können die beiden eigentlich was von unseren Attacken mehr, also von unseren TMs? Das wäre nochmal interessant. So, Umwandlung. Nö. Wie wär's denn mit Aquavelle? Komm, Glumanda mit Aquavelle. Nein. Aber was habe ich denn hier für TMs? Können er kann die TMs... Schon gut, aber wieder alle Schlafbrüder lernen. Natürlich. Erstmal allen Schlafbrüder beibringen. So, Glutkratzerheuler. Komm, mal mit den Heuler weg. Dann bringen wir uns Gar natürlich auch noch bei. Und dann können wir uns Gar erstmal gleich angucken. So, was hast du denn für Attang? So, was Kratzer, Silberbeleg, Zornklinge und Folterknecht. Ja, Folterknecht kann ich ganz weh, aber gar nicht. So, dann wollen wir doch mal jetzt uns Gar ansehen. Was hat der denn so Besonderes? Gar ist zaghaft. Okay, hat ein neutrales Wesen. Kann ich mitnehmen. Ja gut, dann wollen wir doch mal losziehen und jetzt die Plasmentypen da plathauen. Ha! Hey! Was ist für dich? Team Plasma, ihr Elend-Hungelunken. Wie bitte? Waren uns nicht, so als wären wir blöd wie Bösen. Wir wollen alle Pokémon befreien. Stellt euch uns nicht in den Weg. Halt den Mund. Die Pokémon befreien? Von wegen. Ihr seid nicht weiter als Pokémon-Diebe. Außerdem benutzt ihr die gestohlenen Pokémon wie Werkzeuge. Halt die Körper. Her mit eurem Pokémon. Los geht's, Adam. Wehe. Wagest dich nicht, Tios. Wagest dich nicht auf die Gegner wie der Akupressur-Tierer. Ich hab gedacht, der spinnt doch. Nö, mach nicht auf uns für Akupressur. Warum auch? Mach auf für den Gegner. Ich sag... Oh. Ernsthaft. Qualium. Naja. Ich hab da ein bisschen Angst, gerade Rio drin zu lassen. Egal, kannst du das übernehmen. Wamm. Ruck, zuck, keep. Ja, bitte killt Pionskorer. Oh, oh. Ihr macht einfach mal was Vernünftiges. Ich bin... Ich bin schockiert. Ich bin beeindruckend schockiert zugleich. So. Hm. Machen wir mal Schlafpuder. Dann kann Kobalion nicht so viel Ärger machen. Na, er fängt an. Er fängt an mit Akupressur. Autsch. Oh nein. Ich hab nicht gewusst, dass Kobalion auf dem Level Doppelkick schon hat. Oh nö. Na, das war ja ein kurzes Vergnügen. Wie war das noch? Yeah. Wir haben einen CZ-Uri und einen... ...Glomander. Na, ich bin schockiert. Und er macht weiter Akupressur. Wenn ihr irgendwann mal so ein Klopfen ans Mikrofon hört, dann... ...hab ich meinen Kopf gegen das Mikrofon geschlagen. So lange er Akupressur noch auf sich macht und nicht anfängt, äh... ...Kobalion jetzt auch noch die Akupressur da reinzuwirken... ...habe ich da kein Problem mit. Ich hasse ihn. Ich hasse Theos. Bitte, ich will nie wieder mit Theos zusammen kämpfen. Wie kann man so hirnlos sein? Sorry. Wie kommt man auf die Idee, auf den Gegner Akupressur zu machen? Hör doch mal auf damit. Ey, wenn der gleich mal ein Team zerstört, ja? Ja, bitte mach ihn weg. Ich wollte mir grad sagen, wie ihr Kobalt... Oh, der ist immer noch da. Alter, jetzt kann ich hören gehen. Ich kann jetzt sagen, Theos ist ein Verräter. Oh nein, die ist doch hier daneben. Theos ist ein Verräter. Alter, hör doch mal auf! Bist du wahnsinnig? Ey, was machst du da? Oh nein. Alter. Der will, dass wir verrecken. Der will, dass wir... Dankeschön. Oh jo. Alter. Wie kann man... Ja, hilft uns leider nur nicht viel, weil... Wir gleich Rio und Diggis wegpacken müssen in Rio und... Ja. Aber wir können uns gleich noch ein Pokémon... Wir können uns sogar zwei fangen. Wir können das Team an ihm so gesehen gleich ersetzen. Ja, könntest du... Dankeschön. Können wir auch für das Level ab, das bringt mir nichts mehr. Alter. Ich will nie wieder mit Theos zusammen kämpfen. Nie wieder. Bitte. Theos, geh weg. Und komm nie wieder. Nie, nie wieder. Ey, das kann doch nicht angehen. Da setzt er auf Okobalium viermal Akupressur ein. Oh Gott. Eigentlich war ich ja der Meinung, dass das hier kein Herausforderungsmodus ist. Es gibt ja den Hürdenmodus, der herausfordernder sein soll. Aber mit dem Partner da gerade... Sorry, dass ich den Text jetzt einfach gerade wegdrücke, aber ich habe da jetzt... Ich muss gerade darauf klarkommen. Ja, das mit Gar war aber allerdings unsere... Meine Schuld, weil... Hat nicht gewusst, dass der schon Doppelkick hat. Ja. Und natürlich war vielfach effektiv gegen Gar. Aber wie ich ja bereits schon gesagt habe, wir können uns jetzt noch zwei neue Pokémon fangen. Und das werde ich nämlich auch gleich in Angriff nehmen. Ja, kann euch leider nicht mehr benutzen, Freunde. Gar und Ryu, ihr kommt nämlich gleich in die Himmelsbox. Und danach... So, dann gehen wir uns das erste Pokémon fangen. Ne, musst du wohl da mal reingehen. So, ne, ne, ne. Oh, ich wollte gerade sagen. Ich werde dann jetzt die beiden Pokémon fangen und werde sie... Je nachdem, wie hoch ihr Level ist, werde ich sie auf Team Trino... Team Trino, ja. Team Niveau trainieren. Oh. Echt? Alter. Nehme ich. Haha. Nehme ich aber sowas von. Du wirst eine Drachenwut aushalten. Du hast... Nice. Ist das irgendwie so ein Zeichen, man verliert ein Starter-Pokémon und kriegt das nächste? Jetzt muss man uns nur noch fangen, ne. Das ist irgendwie ein anderer Haus. Ich überlege mir gerade schon mal einen Namen dafür, den wir nutzen können aus einem Spiel. Ein männlicher Charakter. Dang. Da kann es im Grunde nur einen Namen geben. Den nehme ich wahrscheinlich auch. Da kann es im Grunde nur einen Namen geben in diesen Kanonen. Bam, bam, bam. Ja, jetzt kommt das Kunststück, dass die natürlich noch drinbleiben müssen, das Pokémon. Nutzen wir mal den letzten Superball, den ich hier noch habe. Komm schon. Ja. Nice. Sehr schön. Genial. Wir haben einen... Oh, oh, oh. Ich bin so... Der Wasserstrahl, der aus dem Wassertüsen schießt, kann sogar Stahlwände durchdringen. Mhm. Das ist heftig. So, wir werden ihn Barret nennen. Sorry, Leute, aber... Mit den Kanonen... Und wenn ich dann um unser Final Fantasy 7 Let's Play denke, muss das Barret werden. Haha. Und ja, ich habe mir auch schon den Namen für unsere Gegenspieler ausgedacht. Werden wir denn... Den fangen? So, das heißt aber, wir müssen Barret definitiv nicht trainieren. Ich denke mal, ich werde mir auch einen Schutz noch kaufen, ne? Weil, wenn wir hier jetzt gleich durch... Im nächsten Part werden wir natürlich die Kanalisation durchforsten, die Gegner hier platt machen. So, wir können hier jetzt hier oben noch... In Stratus City selbst. Und hier ist ein Platz gewesen, wo ich, wenn ich jetzt selbst gespielt habe, gerne hingegangen bin, weil... Hier kann man nämlich Evolies fangen. So, dann... Ich nehme das dunkelgrüne Glas, einfach... Um zu hoffen, dass wir eine Auswahl aus zwei Pokémon bekommen. Na, es wird doch nur ein Pokémon. Och, wirklich. Krakelo. Ernsthaft. Naja, gut. Ähm, du wirst auch eine Drachenroute aushalten. Du wirst definitiv mehr haben, als 40 KP auf dem Level. Jo, ich wollte gerade sagen, ey. Alter, der Schaden. Hör auf damit. Ich hexel mal auf Cypher. Dann macht es halt im Pfund wenigst nicht so viel Schaden. Und alle unsere Pokémon haben ja... Schlaf, Brüder. Sehr schön. Aufspur. Ach, jetzt kann er nicht einschlafen. Crap. Och, Mensch. Warum? Hör auf damit. Hier. Nimm ein Pok. Nimm ein Pok. Nimm ein Pok. Nimm ein Pok. Bam. Voll an die Oberlücke. Ja. Ja. Klasse, Mann. Grelo wurde gefangen. Daniel. So. Die Schockwellen, die durch seinen Ruf entstehen, können ein LKW umkippen. Warum? Was hat der LKW ihm denn getan? Ah, so. Ich habe ja schon gesagt. Und große Klappe passte so ganz gut zu. Wie nämlich Reno. Von den Turks. Ist ein Gegenspieler. Ein Antagonist. Also. Reno. Jetzt müssen wir natürlich noch die beiden aus der Box holen. Müssen. Müssen dann den armen Rio und Gar noch gut beisagen. Ach, Mann. Ja. Oh, Gar. Ich komme da immer noch nicht drauf klar. Also auf Tios. Wie kam man hier? Er ist voll der Verräter. Definitiv voll der Verräter. Oh. Was ist denn mit deinem Freund? Der schien ja ziemlich verärgert. Ist in der Kanalisation irgendwas passiert? Und was willst du jetzt machen? Du hast Arti den Arena, der da unten in der Kanalisation gefunden, oder? Vielleicht solltest du dich in ihm in der Arena stellen und herausfinden, wie stark du mittlerweile bist. Ich bin mir außerdem ziemlich sicher, dass deine Pokémon dadurch lernen werden, dich noch besser zu verstehen. Ja, klar. Unsere Pokémon sind alle jetzt Level 16 und ich gehe jetzt bestimmt schon in die Arena, wo das Level 24 ist und wir so mit 8 Leveln unterlevelt sind. Jetzt war eine Herausforderung, aber nee. Hallo, lass mich da ran. Ja. Kennst du das Geonet? Ja, bitte. Ich will da jetzt nicht x mal x Geschichten drüber hören. Also würde ich sagen, wir machen im nächsten Part dann die Arena, sag ich schon. Die Kanalisation, soweit es geht. Dann auch den Fluchten, soweit es geht. Also die Trainer dort. Und dann... Oh, wir haben noch so viel vor hier. So. Ja, PC. Lep. Pokémon bewegen. Ach, wir haben sie doch nicht umbenannt. Gut. Nein, das wird nicht die... Das wird nicht die Himmelsbox. Das wird das Paradies sein. Ein schönes Paradies für unsere Pokémon. Parag. Och Mann. Mir ist es aber auch nicht gegönnt, man ein richtiges Lesbe-Li die ganze Zeit mit Glumanda oder so. Glorak ist damals auch gestorben. So. Ja, sorry, Ryo. Ich habe mich so gefreut. Aber erster Kampf und schon... Bist du weg gewesen? Mach's gut, ihr beiden. So. Und jetzt kommen natürlich noch... Nämlich Barrett. Hallo, Barrett. Ein hitziges Gemüt hat er. So. So. Ist sogar schon automatisch das stärkste Pokémon in diesem Team. Und... Der ist ruhige... Der ruhige Reno. Was eigentlich überhaupt nicht passt zu seinem Pokédex-Eintrag. Jetzt gucken wir uns die beiden noch mal an. Alter. So, hitzig. Spezialangriff hoch. Das ist nice. Ja, Aquacarist glaube ich ein bisschen besser als Blubber. Dann bis... Ja, schick. So. Und du hast... Ruhig. Spezialangriff und Initiative runter. Gut. Das kann doch nicht so bleiben. Die Attacken... Die haben schon... Gut. Bin ich mit zufrieden. Ja, klicke. Ja, Leute. Dann bin ich dem Part mal für heute. Wenn euch gefallen hat. Und ihr Tee aus diesem alten Verräter auch einen rauswischen wollt. Lasst doch einen Daumen oben da. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wenn es heißt Pokémon Schwarz-Weiß. So los, so link. Bis dann. Ciao.